Wir haben den Bogen erst einmal normal durch die Maschine laufen lassen, einfach bedruckt, so wie es sein soll. Und die selben Bogen haben wir dann nochmal durch die Maschine laufen lassen und haben die aber dann mit dem Bogen Anfang und dem Bogen Ende getauscht. Und dadurch entsteht dann halt spiegelverkehrter Druck aufeinander. Und das ist das, was wir sehen, was wir sehen, was wir sehen. Untertitelung des ZDF, 2020